Shalom, Shalom, allerliebste Segensgrüße aus Uganda. Ich befinde mich noch in Uganda, aber heute Nacht fliege ich nach Deutschland und am 1. Juli nach Neuseeland, um dort das Evangelium zu verkündigen. Aber ich hatte die große Ehre, oder habe die große Ehre, eingeladen zu sein zur Missionkonferenz in Berlin vom 29. Juli bis zum 4. August 2024. Einige Sprecher dort seien, bekannte Sprecher. Und wenn du noch nicht hundertprozentig weißt, dass dein Name im Buch des Lebens steht und du erkannt hast, dass Jesus Christus die einzige Hoffnung ist, für jeden von uns, für ewige Herrlichkeit, dann komm zu der Konferenz. Denn es geht um Leben und Tod für immer, für ewig. So, lade ich dich herzlichst ein. Ich kann dir noch sagen, wo du dich da anmelden kannst oder registrieren. Heißt Website, Doppelpunkt, okay, www.missionberlin.de Und der sehr bekannte Evangelist und Pastor Karyanja aus Uganda wird dort sein und ich darf in ihrer Gemeinschaft sein. Also ich freue mich unwahrscheinlich, wenn du kommst, um wirklich endgültige, hundertprozentige Garantie zu bekommen, dass du weißt, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Denn es ist ewig, ewig, ewig. Mit dieser Entscheidung soll keiner rumspielen, denn da gibt es kein Zurück mehr. Und Jesus hat für alles bezahlt. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Und wenn wir an ihn glauben und seine Worte ernst nehmen, dann haben wir ewiges Leben. Er hat von sich behauptet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also alle Religionen der Welt sind daneben. Und die Religionen werden alle bekommen, was sie verdienen. Und das ist der ewige Tod oder das Ewige, die Helle. So, ich sage, also ich lade euch wirklich von Herzen ein. Kommt zu dieser Konferenz und brecht durch in eine Beziehung zu Gott, die durch nichts mehr erschüttert werden kann. Denn Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesus Christus ist die Hoffnung für die ganze Welt. Und Jesus Christus hat für dich alles bezahlt, damit du leben kannst. Amen. Also ich lade dich herzlichst ein, dass wir uns sehen am 29. Juli in Berlin. Und alle Details erfährst du von dieser Website Mission Berlin, alles kleingeschrieben und zusammen.de. Shalom, 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 bis bald.